Heute habe ich euch eine Spielform mitgebracht, wie ihr ausgehend von 5 gegen 5 verschiedene Schwerpunkte setzen könnt. Eine Option ist es, Rückpässe zum Torhüter zu verbieten. Dadurch wird der Torhüter als Überzahlspieler aus dem Spiel genommen und es wird eine klare Gleichzahl im Wahlbesitzspiel hergestellt. Somit wird der Fokus stärker auf das 1 gegen 1 gelenkt. Eine zweite Option kann es sein, die Spielrichtung aus dem Spiel zu nehmen und das rote Team zusammen mit den Torhütern spielen zu lassen. Zu Spielbeginn hat immer einer der Torhüter den Ball und somit entsteht ein 7 gegen 5. Das rote Team mit den beiden Torhütern hat einfach nur das Ziel, den Ball zu halten. Das grüne Team versucht dagegen, den Ball zu erobern und einen Treffer auf einem der beiden Tore zu erzielen. Somit hat das grüne Team zum einen einen Fokus auf das ballbesitzende Spiel und beide Teams einen Fokus auf ein schnelles Umschalten. Möchtest du im Defensivspiel einen stärkeren Fokus auf Ball- und Raumorientierung richten, kann es eine Option sein, das verteidigende Team in Unterzahl zu agieren. Somit gibt es automatisch immer einen freien Spieler und es kann sich nicht nur auf den einen Gegenspieler konzentriert werden. Dafür kannst du die Übung mit einem Überzahlspiel ergänzen oder auch zwei, welcher immer zusammen mit dem ballbesitzenden Team agiert. Die vierte und letzte Variante, die ich euch mitgebracht habe, ist eine Variante, bei welchem es um das Verteidigen und Verwerten von Hereingaben geht. Dafür werden zwei Überzahlspieler an den Seiten aus Linien positioniert. Diese dürfen nach fünf Pässen angespielt werden und müssen mit dem ersten oder zweiten Kontakt eine Hereingabe spielen. Treffer dürfen nur unmittelbar nach Hereingaben erzielt werden. Die vierte und letzte Aktuelle Untertitelung des ZDF, 2020